hallo mein graf freunde ja wir sind wieder ein pistenhaus survival und nein ja schon wieder nicht dabei der hat irgendwie nicht geschafft keine ahnung ist auf jeden fall nicht aufgetaucht aber 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 es hat ja nichts zu tun und dann macht sie einfach so was da muss man eine stunde eine stunde stream oder gut dass das wenigstens aus wie ein kreis nichts gemacht und ich habe hier fleißig gewollt etwas habe ich gemacht das war so ist hin und her gelaufen hauptsächlich ist irgendwas geredet und dann nach einer stunde war das dream vorbei ich kann mich auch nicht mehr erinnern ich habe ein bisschen ich habe ein bisschen gearbeitet ach stimmt wir haben den fehl aufgebaut so was sie den einzelnen abzug wollten wir bauen und dann haben wir halt du auch gleich mal ab hier es geht ein bisschen schlecht da an der stelle gut sollen wir ein paar themen ansprechen was für themen was haltet ihr denn von der frauen frauen feindlich hallo die ist schon aufgefallen dass sie definitiv nicht männlich ist was warum sollte sie frauen feindlich sein aber du hast gar nicht mal so unrecht was den frauen fußball angeht ich meine ich gucke ja auch gerne fußball ich bin ja auch ein borussia dortmund fan und gibt wie wir den kommentaren und das ist nein ich bin ich bin kein ich bin ja ein stets fußball sucht oder so auf gar keinen fall aber was mich da stört ist dass irgendwie der frauen fußball ja er so hintergründig ist also steht mehr so im hintergrund und und der männer fußball so weit vorne ich finde ich finde dass die frauen ich meine ich hört sich jetzt an als welche irgendwie so weichkicks oder was auch immer oder weiß ich nicht aber ich bin der meinung dass die frauen sich das recht auch erkämpft haben sozusagen auch mit ihrer liga irgendwo im vordergrund zu stehen mehr das ist also ich finde das ist genauso wichtig wenn das so eine meisterschaft ist oder so wie eine männer fußball dingsbums ne ja genau wie männer fußballspiel aber uns frauen braucht man hat nichts zu irgendwie ja finde ich schade als ob wir nichts drauf haben ja ross das reden ja nicht unbedingt alle von dir ich bin zu leise echt ich kann auch näher ran als mich untergestellt ist laut genug aber ich muss das noch mit ross und so immer alles abgleichen also ja ihr redet halt beide in der aufnahme das kann ich nicht irgendwie nachhinein auseinanderschneiden ich mache übrigens die lampen weil als ich gespawnt bin war hier ein skelett drin also falls sich jemand wundert warum ich hier auf einmal so lampen baue habt ihr eigentlich schon ein spiel gesehen von den frauen ja habe ich habe ich habe ich habe ich hast du das gegen frankreich gesehen das hat nein das habe ich nicht gesehen da kam ich gar nicht zu das war gestern abend noch bis ein uhr nacht und ich muss da arbeiten aber ich fand es ja und ross du solltest mal hier aufsammeln dann lass mich schon sorry ja red doch weiter ich muss nur gerade rosie beschützen mein inf ist voll geh es leermachen ne erzähl weiter ich fand das spiel deutschland gegen frankreich ultra spannend wobei ich glaube ich fände es nicht so ich fand es nicht so spannend wie die wm von den männern im viertelfinale es war schon spannend aber ich habe nicht irgendwie das gefühl da hängt viel ab es ist die frage liegt das daran weil die allgemeinheit so sagt und das nicht wirklich eine große glocke hängt oder woran liegt das dass man nicht quasi denkt da ist mehr auf dem spiel keine ahnung frauen sind zurückhaltender vielleicht obwohl nein nicht wirklich also ich habe da schon frauen erlebt meine frisse da bin ich da auch schreiend weg gelaufen das sage ich ja so frauen gibt es tatsächlich das ist das sind dann solche frauen so wie soll ich sagen so mannsweiber ich meine ich meine auch ich wurde mal von von sonst so mannsweiber regelrecht angepackt und ja alles alles was dann zu sehen die sache die sache ist die hat sich die hat sich vor ein aufgestellt so 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 wie soll ich sagen kennt ihr diese typen wo man denken könnte die haben so rasierklingen unter den armen ja so stand die so stand ich quasi vor mir ach so so was ja so breitarmig also die arme so wer weiß wie muskeln hätte und ja breiter als der steher oder so ungefähr ja nicht wirklich aber sie stand halt so da ne und ja und dann fing die an mich an zu baggern gut was du dann hinterher noch gesehen hast von name isos war eine staubwolke tut mir leid also ich bin wenn dann überhaupt stehe eher so auf wirklich weiblich betonte frauen das muss ja echt nicht sein make up so mannsweiber nein ich meine klar frauen dürfen durchaus auch in der lage sei sich selbst zu beschützen zu verteidigen was auch immer ja ich habe auch nichts gegen nein ich habe auch nichts dagegen wenn frauen auch auch handwerklich geschickt sind oder was auch immer habe ich gar kein problem mit aber die weiblichkeit sollte dabei nicht verloren gehen finde ich jetzt frage ist was ist weiblichkeit naja dass das verhalten an sich das auftreten was ist ein weibliches verhalten ja das gefühl habe ich allerdings auch das gefühl habe ich auch nein ich meine pain wenn dann so eine frau vor dir steht ne und ja wunderschön und so und dann so rasierklinge unterm arm und dann hallo ich bin herbert es fühlt sich alle belästigt die herbert heißen nein ich habe ja nichts gegen herbert ich habe ja nichts gegen herbert sonst noch irgendwelche arbeiten aber ich finde schon frauen sollten irgendwo noch ein stück weit weiblich sein ja halt niedlich niedlich das heißt ein mann muss aggressiv sein nein 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 also man sollte schon männlich sein dass es das ist ganz klar alles andere ist weichkeks oha sorry sehe ich aber eine frau da gibt es keinen weichkeks bei einer frau eine frau ist halt eine frau und das sollte das sollte nicht davon ausgehen bloß weil es bei der frau bloß weil eine frau niedlich ist heißt das ja nicht dass es eine schwache frau gibt ist weil es gibt durchaus frauen die machen erstmal so richtig süßen eindruck und aber die wissen durchaus bescheid also wenn der jahre tun nur so ja was wird das jetzt ja du hast also beim jetzt gerade so ein bisschen gepackt das sollte vielleicht was ich dachte schon das sei ich aber anscheinend leckts bei den anderen auch vorjahrsäges aus weil ich gerade neben der pferde neben dem stahl ich wollte pferde für einfach einen test geh um deine spieferin und 20 an wenn sowas passiert wie auf einem server gemacht haben dann aber pain erzählt du doch mal was was wäre für dich so eine frau wo du sagst ja so charaktermäßig top aus der fähigkeiten und so einfach mal ja so allgemein also gut kochen ist auf jeden fall wichtig nee das ist nicht wie ich weiß es nicht habe ich mir überlegt okay das heißt du bist mehr so der typ der sagt hier alte gehen dann herd nein das hat sich gerade so für mich so angehört nein ich habe mir da nie darüber gedanken gemacht hallo ich bin gamer hallo nein würde ich bei dir eher darauf tippen dass du wahrscheinlich auch nach vorne haben wie ich die auch so und rose wir sollten nicht immer zwei blöcke gleich abbaugen sondern einzelne blöcke finde ich so lage für lage und hier können sie jetzt viel schneller guck wie weit ich schon bin wir müssen auch noch gucken dass wir hinterher wieder hochkommen ich habe was bei der aufnahme gesehen hast du dich in einer stunde gemacht mit drei ja heute das war richtig viel arbeit gut da mache ich das halt auch so so weil sie sich hier so so pain erzähl weiter wir könnten jetzt übelst die gute produktplatzierung machen für elizepartner und jetzt mal jetzt mal ernst da was was für ein typ frau sagst du ist definitiv frau und was für ein typ frau ist so ja so stolp staubwolke mäßig weg ist pain ihr stellt fragen unglaublich habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich mit beschäftigt halt warte mal da muss ich hochrücken weiß es nicht gottes willen echt okay so was kann man auf allerweise immer sagen ja ich schätze eher dass ich eher so der typ bin entweder ich mag oder ich mag es nicht mal einfach gucken ne also du hast du hast keinen keinen speziellen typ oder so nein ich sag einfach so wenn wenn ich irgendwie verkrampft hat verkrampft nach jemanden suche so sage yo die trägt eine brille die auf jeden fall nicht ja okay weil ich auch eine brille trage meine güte dann wäre das ziemlich so verkrampft so sie verkrampft kennst das ja eine frau mit brille mein letzter will ja ja jetzt aber nein also auch auch frauen wir bringen können durchaus richtig süß wirken finde ich jetzt also wenn ich habe eine frage an dich du hast mich ja doch wenn bist du da letztens gefolgt die ja richtig ja ja und was ist pain was ist das war ein job das war ja extra bewusst so gemacht trotzdem es geht ums prinzip was glaubst du das wieder die zuschauer nehmen das ernst die zuschauer die sollen mal chillen es ist hier es gibt viel zu viele die das ernst nehmen ich weiß das ist ja finde ich heutzutage so schlimm ich sag ja dieses spongebot ist das video das ist der perfekte beweis das ist einfach dass die menschen heutzutage keine ironie mehr verstehen ja es ist einfach so hoch aber irgendwie schade ja was ich am geilsten finde ist noch immer der postillon wie bringen die besten aus nee lass mal so das will ich auch loswerden fertig was ist fertig viertelkreis was mache ich denn jetzt was soll ich als nächstes erst mal bauen ich habe gerade keinen bock auf den sein garten soll ich den hühner schießstand machen und das ist mit das fall todes spiel den item elevator da habe ich auch keinen bock drauf oder die kunstern stufen die ich reingesetzt hatte gut ach so ja ich habe diese rosen und blöcke da vorne gesetzt los die sind mit absicht das ist unser aufstieg was soll ich jetzt machen buddeln ich mache das fall todes spiel das ist lustig buddeln sollste wurde es langweilig ja aber muss auch gemacht werden wir müssen das hier irgendwie dann mach ich buddeln dann können wir weiter über zehn regeln müssen wir müssen ein ganz stück tiefer noch werden mein metos hat hier nicht mehr das bivarena mit geholfen ja bitte auf die ausdrucksweise achten das heißt also ich habe geholfen zwei stunden spiel arena zu bodeln ich habe geholfen zwei stunden ich muss nach oben ich brauche eine spitzsacke ich durfte ja nicht in die spiel arena doch an bodeln hattest du theoretisch schon kommen können heute keiner weiß man gesagt gut da hatte ich glaube ich auch was anderes noch gebaut da man nicht lieber habe ich auch alleine gebaut sogar ganz viel hier so weit wurde ich war jetzt soll ich das funktioniert nicht schade oder soll ich zuerst im alten elevator bauen dass wir den ganzen kabel mal wegkriegen also das alles mal direkt wieder durchgeschossen wird dass wir nicht immer so lang laufen müssen wie durchgeschossen zurückgepackt ja ja ich habe ich habe ja vorhin ein item elevator zu bauen von da oben bis zum lagersystem dann haben wir nichts mehr dazu machen ja die die sache ist eigentlich das muss aber dann hinterher auch wieder abgebaut werden nein das kann auch bleiben mag ich nicht wenn die arena gebaut wird das muss doch wieder weg das ist ja nicht in der arena drin das ist ja hier oben beim eingang da wurde ja nichtsdestotrotz wir brauchen doch das material wieder ja das ist ja aus der sortiermaschine erholen nein ich rede von dem material das du für den elevator benutzt das ist doch das ist ja nicht so dass wir gar keinen koppelstern und so haben ich rede ich rede von von warte mal da brauchen wir doch auch reisen oder nicht oder nein das ist fast schon wirklich ich mache das relativ günstig und ich habe das ist sogar ein bisschen überarbeitet damit ein bisschen effektiver ist also nicht effektiver sondern günstiger sicher 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 okay dann bauter dinge halt dahin und so und überhaupt da ist mir jetzt auch real im elevator hatte ich eigentlich keinen bock aber ich mache das jetzt du hast es doch selber vor der ist gut hier ich kann euch im elevator ich hatte da eigentlich keinen bock aber ich kann das das habe ich jetzt auch nicht so wirklich das ist ja das ist das ist sowieso wie frauenlogik ja ich meine genau jetzt ich meine die logik die logik eines mannes dass das geht ganz schnell erklärt die nach vier seite auf den tisch gelegen hast die logik eines mannes die logik eines mannes basiert ja auf tatsachen die logik einer frau nehmen wir das dickste telefonbuch haben wir band 1 von 150 was liegt hier überall granit und warum liegt hier einfach so eine spitzhacke rum ich habe das auch schon ich habe das auch schon mal gab da hat meine ex freundin der damals zum runden kleinen tisch und die wollen den so in der ecke stehen haben dass der wirklich mit der ecke abschließt den kleinen runden ich sag mir das geht nicht hat das muss gehen und ich sag nein das geht nicht ich ich du kannst nicht etwas rundes in die ecke packen das auch nicht hin doch das muss gehen das muss richtig in die ecke rein ich sag mir da macht selber nach geschlagenen drei bis vier stunden hat sie dann aufgehen und nein sie waren nicht blond das war eine brünette ja woher wolltest du gerade was gegen blonde nein nur falls da wieder so sprüche im in den kommentaren kommen ja die wahl bestimmt für blonde nein sie war nicht blond und ja okay blaue augen hat sich die totaler flau augen dafür kann ich nichts und raus auf was vor augen stehst du blauen ums blau warum nicht braun habe ich selbst aber ich mache meine augen vorne nicht okay was sollen zu schlimm keine ahnung aber davon ab und ja ihr habt ihr denkt euch das schon richtig die ihre intelligenz war der grund für die trennung ich habe es echt nicht ausgehalten das war mir zu heftig ja in der ganz schwache leute sind nicht immer plant ich würde sagen wir machen aber weiter in der in der nächsten folge ich sage bis dahin und tschüss bis dahin und tschüss bis dahin und natürlich Untertitelung. BR 2018